willkommen ihr lieben zu einer weiteren folge des play clash of clans mit mir den torsten und bestes event ever gar keine frage vor allen dingen wenn du im klank gesteckt und hast unheimlich wenig zeit noch für deinen angriff aber ihr habt ja sicherlich heute bemerkt ich habe es heute morgen nicht gemerkt ich bin auch manchmal ein bisschen komisch ich es ist mir wirklich nicht aufgefallen dass der gembo schon lief und ich habe glaube ich mit dem avatar meine ich gleich heute morgen weil ich die clanspiele noch spielen wollte ich wollte noch 4000 punkte erreichen das habe ich auch geschafft aber ich habe erstmal schön trainings genommen und bin dann hier reingegangen und habe gesehen okay erste stunde schon mal verdattelt aber mit den anderen accounts habe ich das nicht gemacht es gibt sehr schöne event mit den hocks ich finde es manchmal ein bisschen schade dass es hier unten bei den events jetzt okay sie sind auch ein bisschen knackiger da kann ich auch verstehen dass sie hier ein paar gems mit raus mit raushauen und hier gibt es jetzt halt zwei power potions und zwei helden portionen die sind ja auch nicht schlecht allerdings die brauche jetzt auch nicht mehr so obwohl ich für ich verbrauche es ja mittlerweile auch ganz gut mit meinen accounts allerdings nicht mit diesem account hier der mit dem account kann ich heute ein bisschen dippen und ich hoffe mal dass ich da den kein ich weiß es nicht genau vielleicht ja doch ich hatte heute schon echten echten geilen angriff 9 90er mit dem alex ein stern also ich habe das rathaus vergessen okay das soll mit diesem wie heute abend aber nicht passieren ich habe jetzt truppen am start wir haben erst mal ein paar airtruppen am start und ihr seht im bus sie ist das immer alles so fürchterlich schnell fertig ist wirklich ich finde es absolut genial kann ich euch sagen und wir gehen mal ins geschehen rein ich glaube ich hatte mir hier schon ein markiert ja das ist der hier der benko hatte hier oben schon zugeschlagen wunderbar einmal die pata gepackt hier und in 13 an die den zwölfer der benko ist selber und zwölfer zwölf auf 12 hier zwei sterne kurz mal ein bisschen zum warm werden schon ein bisschen an angriff gucken um so ein bisschen obwohl ich habe heute ich habe heute viel clash of clans gespielt kann man sagen ich habe ich habe noch alle accounts die ihr so kennt noch so zwei drei tatsächlich zwei drei mehr habe ich noch 1000 punkte in den klanspielen verpasste weil ist das ja auch im silberpass gab es gab ja ein silberpass spiel dass du 1000 punkte machen muss und das habe ich noch mit allen charakteren gepackt ich habe heute morgen brutals geclashed kann ich euch sagen ich habe alles gegeben denn ich habe mit mir viel erst gestern abend nach der aufnahme auf dass die klaren spiele oder da seine queen schon verloren okay dass die klaren spiele bis in den nachmittag reingehen also die ging ja dann heute nachmittag glaube ich erst um drei uhr vorbei oder so das hat hatte ich nicht gesehen und dann war ich heute morgen schon so ein bisschen so berührt klaren spiele jetzt abholen rewards abholen und dann sehe ich geil noch fünf stunden oder sechs wo man da mal los dann habe ich los geht da habe ich gas gegeben muss auch ein bisschen arbeiten aber das passt so immer so ein lauf nach dem nächsten durchgeprügelt beziehungsweise zwei stück durchgeprügelt und dann passt das ganz gut okay hier kommen die drachen sehr sehr spät das kann man natürlich für zwei sterne eigentlich so machen allerdings queen war da ja jetzt schon weg und er hat jetzt eigentlich nichts für die drachen um die hier jetzt weg zu bekommen ach doch hatte die hexen da hatte die hexen da okay okay na dann werden wir werden das hier noch gute prozente ich bin jetzt gleich mal auf meinen angriff gespannt der klank hier lief im moment nicht so gut ist aber nicht so schlimm ich will möglichst viel in den nächsten vier tagen vor allen dingen abends mit euch spielen wahrscheinlich jetzt am mittwoch abend also heute abend das ist dann für euch heute abend ja auch wieder so ein bisschen so dass ich die klaren kriegs angriffe die ich so machen musste schon gemacht habe damit wir ein bisschen fröhliches klashen hier an den tag legen also der mit clash ist gesichert glaube ich dann habe ich noch zwei tage wo ich ein bisschen was tun muss dann habe ich erstmal ein bisschen urlaub da kommt auch ein bisschen was zu mir sich auf euch zu das kann ich euch jetzt schon verraten es wird ein wenig intensiver hcwl gespielt die genauen begegnungen stehen dann noch nicht fest aber jetzt ab 1.5 stehen sie fest und ich habe ab 1.5 erstmal eine schöne woche frei und kann das sicherlich das eine oder andere match einmal dazwischen durch mitnehmen zum stream wetter wird ja hoffentlich ein bisschen schlechter denn uns hat ja extremst der regen gefehlt ich glaube jetzt die ganze die ganze krise lang hatten wir nur gutes wetter ich meine es wäre auch schlecht gewesen wenn es auch noch sechs wochen nur regenwetter gehabt hätten das hätte das ganze dennoch mal getoppt aber dass wir echt jetzt die letzten sechs wochen glaube ich sechs sieben wochen kein tropfen regen nicht mal ansatzweise und heute dann also ich kann euch sagen hier in der region ich wollte heute morgen erst die tropfen zählen aber es hat dann doch ein bisschen geregnet aber es hat sich nicht wirklich gelohnt also meine steine in meiner regenton in einer meiner regenton die waren heute nur leicht benetzt also kam nicht viel unter aber egal wir wollen jetzt den gegner hier machen und ihr habt ja mitbekommen ich darf den dippen ich habe mir gedacht ich komme hier über ecke bei der queen hier rein ich habe diesmal dabei vergesse ich auch mal wieder dass ich ja jetzt mittlerweile großzauber mitnehmen kann also einen großen zauber mitnehmen ich habe ein golem dabei ich habe einen baby drachen dabei in der klaren burg ein pecker und zwei riesen wir geben mal gas wir müssen den worten allerdings auf boden stellen okay der steht auf boden wir haben die karre dabei wunderbar ein paar bowler am start dann können wir hier loslegen ich muss jetzt mal gerade ein bisschen überlegen von wo wir jetzt am günstigsten reingehen dass wir auch so ein bisschen fahren können dass uns das nicht ganz so aus dem ruder läuft hier okay aber hier können wir reingehen wunderbar denn ich habe immer so ein bisschen sorge dass natürlich meine truppen so ein bisschen quer laufen okay das machen sie an aber an der stelle erst mal nicht wunderbar dann kannst du hier reingehen in die base ich nehme jetzt gleich erst meine ich habe noch zwei wohl laufen so mal gucken wie weit die karre kommt okay ich denke mal die kommt nicht ganz bis bis zum rathaus wo es wieder meine queen aber mein armein meine queen ist aber immerhin da das ist schon mal nicht schlecht dann kann ich die hier auch zünden und dann nehmen wir jetzt hier oben weil die hocks mit rein und unseren worden ok also hier oben geht das schon mal los und ich brauche ein wenig heilzauber ok vielleicht nimmt man auch eher noch ein gift mit oder 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 fries zauber keine ahnung was da sinnvoller ist so ich darf natürlich nicht mein clean up hier vergessen vergesse ich nämlich mal sehr sehr gerne und dann haben wir hier noch eine falle aber das ist glaube ich nicht ganz so schlimm jetzt hier nehmen wir noch den hier damit die jetzt nicht ganz so derbe pusteln dort hoffe ich dass mich jetzt keine keine mine mehr erwischt hier hier muss ich noch mal heilzaubern ja ist gar nicht mal so einfach so eine max base gar nicht mal so einfach so eine max base hier aber ist es dann doch recht dominant was die hocks ja an tag legen ich habe die jetzt auch schon ja habe ich ja schon länger auf sieben ist eine coole coole gruppe für mich und so ich glaube jetzt habe ich das läuft dass ich weiß jetzt wieder mal nicht ob die aufnahme weiter läuft das kommt weil ich gerade ein bisschen holz von musste mal gucken das muss ich mir jetzt gleich im nachgang noch mal angucken aber ich glaube die aufnahme läuft sonst wird das stehen aufnahme stoppen ja steht immer noch auf rot wunderbar haben wir also den ersten halb hier drin dips gelingen mir nicht immer also das kann ich euch sagen ich habe jetzt gleich eine ganz ganz andere armee am start und muss aber einen kurzen cut machen dass die helden wieder durchrecken können aber die drei haben wir erst mal im sack ich habe jetzt eben auch geschrieben dass ich die vier auch gleich hinterher mache und dann mache ich einen kurzen cut und zeige euch dann auch wir machen zusammen einfach mal den zweiten angriff und wie gesagt ich muss erst mal gerade die helden rengen lassen und mir neue truppen geben lassen ok freunde alles gefüllt los geht's also wir hatten hier den zweiten zehner den konnte ich mir jetzt mittlerweile auch klemmen also es sieht ja jetzt doch vielleicht wieder ganz gut aus ich habe jetzt noch mal ein bisschen umgeplant aber die base ist jetzt auch nicht so stark da könnte ich sogar er hätte auch erst mal neuner ran können aber ich will jetzt mal gucken über welche ecke ich eigentlich reingehen will was habe ich denn hier dabei ich glaube das passt so ganz gut das passt eben nicht ich muss noch mal umbauen ich habe total was vergessen leute shit ich habe das vergessen aber dank des ultraschnellen boostes hier habe ich jetzt doch irgendwie vier heiler noch her gezaubert ja ich habe irgendwie meine heiler vergessen ok worten habe ich aber schon umgestellt wie ich das sehe muss ich mal gerade gucken an der steht noch auf turnschuh der muss auf luft stehen so da steht auf luft und dann können wir jetzt doch reingehen ich weiß ich habe immer noch ein paar mauerbrecher dabei ich weiß eigentlich auch gar nicht wofür ich wollte eigentlich hier so diesen schlauch durchgehen hier hier soll es meine hier soll es meine queen hinziehen ich weiß nur noch nicht wie aber ich gucke mal ich gucke mal wie mir das jetzt so gelingt mal sehen vielleicht muss ich vielleicht muss ich doch mehr setzen als ich wirklich wollte und das kann natürlich auch sein so aber ich wollte in jedem fall mit meinen heilern hier rein und ok dass ich aber schon mal ganz gut aus jetzt muss ich mal ich muss mal eben gucken dass die dass der bogenschützen turm gleich auf mich schießt das macht er jetzt ok dann kann ich hier schnell das lager weg machen dass meine queen hier weiter geht was macht sie auch und die mauerbrecher laufen fehl ok nach vielleicht doch noch nicht ganz so viel so da geht es schon mal da geht es jetzt nämlich schon mal los mit so ein paar kleinen feilen und meine ich lass mal mein king hier laufen dass die queen nicht meint sie müsste gleich rausgehen oder sowas ich hoffe mal nicht ok wunderbar hier haben wir noch irgendwie ein sprung jetzt ist erstmal die gegnerische queen dran ok so mal sehen ich lass ich lass sie mal noch ein bisschen laufen die kanone hier die nervt mich ein bisschen und dann kann ich jetzt noch mal euch kann ich noch mal guten hier ich nehme die noch mal in wut denn jetzt gibt es ganz schön pfeffer hier so welchen feger haben wir denn jetzt schon geschafft ok wir haben jetzt den feger da gerade gepackt schnell mal meine queen gezündet 123 123 und einen hund hier rein und wir nehmen noch mal so ein paar glaube ich von dort einmal den slammer von hier rein würde ich sagen und von dort aus noch ein paar luftballons wunderbar die müssen jetzt nur ein bisschen schneller durch die base gehen und vielleicht auch den inferno hier erwischen dass wir gar nicht mal schlecht wenn da jetzt noch ein lohn hingeht das macht er jetzt auch wunderbar da kommen aber noch welche zusammen ok dann können wir jetzt hier hinten schon mal zwei stück schicken wir nehmen die eben mal in wut rein alter falter wo sind denn hier meine ich muss gar nicht ich habe gerade die verbindung verloren nein ich habe natürlich nicht die verbindung verloren aber irgendwie irgendwie kommt aus mein slammer nichts raus ok kleiner overkill ich gebe es zu okay ein ganz kleiner overkill alles klar machen wir den doch mal auf nicht dass wir gleich noch irgendwo hier in troll tesla haben aber ich glaube ich glaube mal nicht soll die nur wegzwecken hier weil die passen jetzt gleich nicht in meiner mei alles klar haben wir gepackt luft ist nicht so mein ding aber passt das schon irgendwie aber die maure ja war nicht gut ich hatte auch nicht mehr gesehen dass der bogenschützen turm nicht mehr da war die laufen ja dann nur hinter eine an einem mauer wo auch noch ein gebäude dahinter ist das war jetzt in meinem fall nicht so gut aber wir sind wieder dran am gegner und sind auch prozentual ganz gut dabei 88,7 prozent wunderbar ich hätte fast gesagt die bauen wir mal nach aber die ist im moment ganz schön teuer weil ich auch ein bisschen obwohl 1800 geht eigentlich 1800 geht eigentlich also nochmal dieses event hier ist echt göttlich mit dem ein gem boost spiel zu viel clash of clans wie ihr nur könnt ich versuche das auch aber immer eins eins nach dem anderen clans spiel habe ich mir auch noch nicht abgeholt mit dem account denn manchmal weiß ich auch nicht so genau was ich mit diesen accounts eigentlich nehmen soll oder nehmen will und uhrentum trank gold kann ich kann ich also ressourcen nämlich eher weniger aber ich würde sagen wir nehmen wir nehmen doch mal ein bisschen was mit pass mal auf wir nehmen doch mal was mit wir nehmen einmal die rune wir nehmen hier einmal die schaufel kann man die jetzt gar nicht nehmen doch man kann die schaufel direkt in james umsetzen alles klar ach so man kommt bekommt dann die james das ist eine neuerung noch aus dem letzten update habe ich nicht mehr daran gedacht habe ich nicht mehr daran gedacht dann nehmen wir hier noch mal die baupulle würde ich sagen obwohl die baupulle lass mal gerade überlegen an er die diese auf jeden fall immer teurer beim händler und ressourcentrank ich würde sagen wir nehmen das elex hier für unseren worten und wir nehmen noch mal die part james hier mit ja also so können wir das durchmachen denn dann haben wir jetzt mal dass das ergebnis das war jetzt neu mit dieser dass das du direkt die james bekommst und nicht erst eine schaufel verticken muss oder ich meine ich hätte ja jetzt auch meine schaufel nehmen können könnt ihr mir gerne mal in die kommentare schreiben ob immer alle schaufeln nimmt oder ob ihr lieber sagt nee ich nehme lieber die james mal 70 james drei von den büchern drei von den tränken sind schon mal gut und auch fürs für die für den worten nicht schlecht im moment nur sehr hinderlich gerade jetzt zwei tage vor der liga kein heldenbuch mehr am start ich habe kein heldenbuch mehr am start und kann den helden gar nicht machen das ein bisschen schade außer er läuft jetzt nur zwei tage wie lange läuft eigentlich der worten hier das mal checken vier tage das wird das wird zu eng das wird zu eng leute das wird zu eng upgrade to level 9 ja vielleicht haben wir bis dahin noch ein vielleicht haben wir bis dahin noch ein heldenbuch bleibt mal abzuwarten alles klar ich hoffe die folge hat euch ganz gut gefallen haben ein bisschen live was gemacht also verpasst in jedem fall nicht das event und verpasst euch nicht die auch auch nicht die leistungen zu einem am wochenende habe ich ja mal richtig zeit und und sicherlich auch nicht nicht mehr so schönes wetter dann kann ich hier oben auch ein bisschen ersetzen ich hoffe das ganze gefällt euch und wir sehen uns in jedem fall heute abend und dann auch in dieser woche noch mit ein paar folgen clash of friends bis dahin leute bleibt gesund euer toto